Hallo und willkommen zur heutigen Folge Destiny 2. Schön, dass du in diesem Video mit dabei bist und vielen Dank an alle, die meine letzten Videos angeschaut, kommentiert oder bewertet haben. In der heutigen Folge wollen wir direkt in den Strike die Scharlach Richtung starten. Let's go! Und da wären wir auch schon im Game drin. Wir stehen bei Schritt 4 von 7 bei der Exo-Quest-Todes-Symphonie und sollen eben die Scharlach-Festung in Strike spielen, um die hohe Dirigentin zu besiegen. Und da werden wir in der 대 Ja aktuell kommen wir ziemlich gut durch. Der nächste Abstritt, ein geschränkter Wiedereinstieg. So wir sollen hoch in die Seitentürme um dort sauber zu brechen. Eine Wiedergängerhexe. Hier ist die Kugel. Mal dem Ritter noch einen Schlag mitgeben. Die Brücke sind heruntergelassen. Bewegung. Die Brücke sind heruntergelassen. Und es geht direkt weiter. Die Brücke sind heruntergelassen. Wir dringen immer tiefer in den Turm ein. Okay. Okay. Die Brücke sind heruntergelassen. Altar Nummer 1 hätten wir eingenommen. Dann gehen wir hier zu dem. Okay. 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 Und Nummer 3 haben wir auf der anderen Seite, da steht der Kollege schon. Spürst du es wie ich, Hüter? Hüter. Ein Hass, so rein und machtvoll, wie Sonnenschein, der in die Haut einzieht. Haschladun weiß, was die Hüter getan haben. Sie sah zu, wie ihre Erblinie unterging. Einer nach dem anderen. Kota. Kota. Oryx. Omnigol. Und sie ist begierig, dieses Leid zurückzuzahlen. Der große rote Turm. Wir kommen Richtung End-Bus-Fight. Wir kommen zurück. Wir kommen. Wir kommen zur Zettbewerbung. Wir kommen zurückzuan. Dannuiere ich hat das. Wir kommen zurückzuz�ahlen. Wunderschöne. Wir kommen zurückzuz. Wir kommen zurückzuze, dass ich hinbekommen bin. Unterhalb der Zettbewerbung zurückzuz�ahlen. Unser Ziel hat sich aktualisiert, verfolge Haschladun die Tochter von Grota. Jetzt sollten hier Gegner an der Seite irgendwann auftauchen. Unser Raketenwerfer ist geladen. Weiter nach oben. Ein kleines bisschen noch, wenn der nächste Abschnitt wartet. Unser Ziel hat sich aktualisiert. In dem Fall haben wir gerade eben die Dirigentin besiegt. Lass uns mal in die Quests reinschauen. Nimm die Schreie deiner Feinde auf. Besiege einfache Gegner, um Unbehagen aufzunehmen. Besiege Elite-Gegner und Minibusse, um Schmerz aufzunehmen. Besiege Busse und andere Hüter, um Leiden aufzunehmen. Auf dem Mond aufgezeichnete Schreie zählen mehr. Okay, dann wissen wir Bescheid. Jetzt besiegen wir aber erstmal den Endboss hier im Strike. Da kommt sie. Mal schön auf die Hexen. Das steht nur rum. Mal schön auf die Hexen. Mal schön auf die Hexen. Komm schon, Haschladun. Da wäre sie down. Das Strike wäre abgeschlossen. Wir sammeln einmal die Beute ein. Wir sehen uns im Turm. Ich laufe direkt mal an den Tresor. Ich möchte mal kurz ein bisschen Platz schaffen. Das Arbeitstier kann raus. Ausweichplan. Den Raster-Sprenger kann ich rausschmeißen und die Göttlichkeit mache ich auch mal raus. Kommen euch zwei auch direkt. Dann springen wir rüber zur Puststelle. Ich möchte mal schauen, wie viel sich dort angesammelt hat, ob wir noch Platz haben. Ja, das schaut doch gut aus. Alles erledigt. Sei gegrüßt. Erledigt. Fertig. Wiedersehen. Und wir gehen direkt weiter rüber zu Savatuns Thronwelt. Ich möchte gern Vertrauen beruht auf Gegenseitigkeit mir mal genauer anschauen, was es damit auf sich hat. So können wir parallel auch den Rangfortschritt für Finch erhöhen. Für die Tiefenblick-Resonanz 2. Wir schauen mal, was für Beute-Züge er hat. Impulsgewehr sehr gut. Verlorenen Sektor spiele ich mit Sicherheit auch noch. Und die Zufälligen nehme ich auch alle mit. Dann springen wir uns auf den Sparrow. Und fahren mal rüber zu der Quest. Da oben ist eine Tiefenblick-Resonanz. Lasst mal kurz reinschauen. Ist es eine Einser oder eine Zweier? Eine Einser. Sehr cool. Auf den ersten Blick erkenne ich nichts. Außer Gegner da hinten, die nerven. Hier, der Baumstamm auf jeden Fall. Da ist sie. Genau, gerade noch rechtzeitig. Perfekt. Ja, hier sollte er. Eigentlich. Plündere Gruppentruhe und schließe Patrouillen. Okay. Augen auf, Leibeigene. Es ist ein neuer Tag und es gibt Blut zu vergießen. Zieht aus und stiftet gehöriges Chaos. Noch mal eine Tiefenblick-Resonanz. Ist das jetzt die gleiche wie vorhin und ich kann die nicht mehr machen? Oder hat sich bei der jetzt auch nochmal was geändert? Not. Ist das nicht so? Ist das nicht so? Okay. Okay. jetzt wo ich wieder gegner braucht kommen sie wieder nur ganz langsam nachgespawnt 60% hier kommen ein paar mission abgeschlossen ja aber wirklich weiter komme ich mit der jetzt auch nicht oder weil ich habe ja noch nicht angenommen besetzen gesprung der häuptling so wir verschaffen uns mal kurz luft einmal in die quest reingeschaut ja da müssen wir noch einige prozente sammeln mal die beute züge abschließen und weiter geht's es zeigt mir ja den quest spanner schon hier an es wäre möglich dass hier natürlich mit zählt aber ich bin mir nicht sicher öffentliche event würde hier gleich starten gruppentruhe vertrauen beruht frühen geblünder 2 von 4 wir gehen zurück in den murascht der legendäre verlorene sektor hat sich bewegt wir haben hier überladungs und unaufhaltsam champions die überladungs champions mit dem scout gewehr wir fahren mal hin machen unsere waffenauswahl und versuchen den guten mal ja ich mache mir gerade ein bisschen sorgen wegen den überladungs champions ich muss da erstmal schauen dass ich eine gescheite waffe herkrieg mit denen ich die auch immer stun kann wir gehen mal normal in den verlorenen dungeon rein und schauen dass wir noch den beute zug abgeschlossen kriegen von finch wir gehen wir gehen da vorne kommt der häuptling das kraftfeld sollte nun verschwinden und wir können weiter so wir nehmen mal den ersten altar ein wir gehen wir gehen ich freue mich auf jeden fall ich freue mich auf jeden fall sehr auf das neue Update, auf die neue Season, auf den neuen Content. Das Ganze bringt wieder ein wenig Abwechslung ins Gameplay rein. So, das wäre der letzte gewesen. Wir können weiter. Wir können weiter. Und jetzt wieder her. Daneben. Ja, klar. Ich hatte den Geist nicht besiegt von hier. Anfängerfehler. Wir sammeln die Beutetruhe. Ja, und somit wäre der Sektor abgeschlossen. Wir können uns den Beutezug noch holen. Und dann würde ich sagen, wir werden am Ende der heutigen Folge angelangt. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch, dass ihr mit dabei wart. Wir schauen, dass wir diese Quests hier vorantreiben, auf jeden Fall. In den nächsten Malen möchte ich mich auch noch mal etwas auf Sonnenwend-Event konzentrieren, um dort noch Silberasche zu farmen, dass wir dort noch Rüstungen vorantreiben können. Genau, das ist der Plan. Ich bedanke mich. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao, ciao.